Moin, ihr Froschenkel und willkommen zu einem weiteren Video. Mit dabei ist heute ein Special Guest. Keiner Breitling. Ja moin, ne? Moin, moin. 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 Ja, wir spielen heute einen neuen Spielmodus auf gomma.de, nämlich 1.16 Skywars. Ja, das war momentan mein Lieblingsmodus auf gomma. Ja, und es ist einfach Skywars mit, jetzt kommt die Besonderheit, mit der 1.16 Version, also mit ziemlich anderen Kids, die halt so die 1.16 Elemente beinhalten. Ja, hast du schon mal Chips mit einem Löffel gegessen? Outplay. Okay, das war eine wilde Enderpelle von ihm. Der Enderpelle geworden. Ja, okay, Digga, das war wild. Ja. Was? Hä? Was? Warum hast du mich runtergeworfen? Digga, ich hab dich nicht runtergeworfen. Verarschen. Aber ich bin runtergeworfen worden. Ich hab dich gemobbt. Lebst du nicht mehr? Doch, ich wurde halt respawned, aber irgendwie. Du siehst ja auch nochmal, dass du mich gekillt hast. Wahrscheinlich hab ich dich gekillt, oder? Teamate. Bro. Ja, nice. Sorry, so. Step one, we say we need to talk. Was machst du? Wahrscheinlich hat das nicht getroffen, oder? Digga, Karin. Digga, Tom, ne? Ich reporte, ich bewerbe mich bei Gomme und sorge dafür, dass dieser Server schließt, ne? Ja, Achtung, es kommt einer noch. Ja, nice. Ist der runter? Ja, der ist down. Aber. Doch, doch. Boop, 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 boop. Na, der lebt noch, ne? Was soll ich mit dem machen, jetzt? Ah, nun kill den halt. Wie viel schneidest du denn rein, eigentlich jetzt? Schneidest du hier von irgendwas rein? Weiß ich noch nicht. Ich hab mich echt gekillt. Der schneidest auf jeden Fall rein, Kai. Was denn jetzt? Deine Frage. Das ist nochmal Team zerstören, wie gerade eben. Der eine geht hoch, Leiter, kill den. Der andere ist lost, der andere kommt einfach nicht. Der andere kommt immer noch nicht. Jetzt geht da die Leiter hoch. Da ist er schon tot, ha. Leiste hinter dir hinter dir. Junge, top 3 Skywalk-Spieler. Ja. Junge, wie gut bin ich? Trymax, sign mich, ganz ehrlich, WTF. Alter, ich bin halt wirklich. Ich war so schlecht im PvP. Ja, der ist tot. Warte, der eine ist jetzt im Volt. Ja, siehst du, der eine war im Wasser unten. Und ja, meine Freunde, also falls ihr wirklich einen Clan habt, schreibt mich an. Das war eine Glanzleistung, Kai. Ja, du musst halt einfach nochmal mitziehen, dann geht auch nochmal. Digga, Tom. Hol den. Sollen wir keinen Schabernack machen? Ich hab... Achso, Switcher. Soll ich schon rüberkommen, oder schaffst du das? Nee, hab ich schon, glaub ich. Ja, hab ich, Digga. Ich hab's nicht... Kill nochmal, ich hab den jetzt nicht auf... Junge, ich hab's nicht auf Aufnahme. Soll ich den nochmal killen, Digga? Hast du ein Replay-Mod? Taktik. Das ist halt dieser Kek, ne, der nichts kann. Du bist ja wohl wahrscheinlich, kennst du den, oder? Dein Schwager, oder so. Digga. Das ist der Kek, der nichts kann. Tim, ich bin tot. Digga, die checken ja nichts schon wieder. Was macht der Typ? Hab einen. Guck mal. Was ist aus dem Maulkopf-Spielern geworden? Hä, Tim, man. Tom, also... Er hat Nether-Voyager-Split. Aber er hat keine Augen. Oh, er switcht. Hat nicht getroffen. Nee. Ah, easy. Gute Runde. Also, ihr könntet auch beide in Olin' Kleiner nehmen, wenn ihr wollt. Gibt's eigentlich nur diese Map? Eep. Wo bin ich? Was ist das denn jetzt, Digga? Skaten ist tabu. Digga, wie ekelhaft ist dieses Abbaugeräusch. Hört mal. Das ist aber Kotze in Sky Wars. Radio Legends. Achtung. Ich hab kein Schild, ne? Och nee, Kai. Ich hab auch actually gar kein Essen, Tom, ne? Och nee, Kai. Weg hier. Digga, da ist eine Funde da weit. Niemals. Was? Jo, was? Jo, wahrscheinlich. Logisches Hey-Ho. Die haben wir die Hacker in Sky Wars gefunden. Digga, kannst du essen? Wir haben nicht mal Essen. Der hat Full Nether White. Ja. Das ist die Welt, Kai. Das lernen wir aus Sky Wars. Die Gesellschaftskritik. Danke, GOMMAD, für den Scheiß. Achtung, Tom. Warte. Gab's gleich. Nee, warte. Digga, hier sind schon zwei Gegner, ne? Och nee, Kai. Achtung, jetzt kommt noch einer. Lauf weg, lauf weg. Ich hab kein Essen, Tom, ne? Ich hab auch kein Essen. Wie, Digga? Wie können wir denn kein Essen haben? Ich bin mit, ich komm zu dir, warte. Ich komm auch mit. Das bist nicht du. Ich bin aber hier. Ich brauch Essen, Tom, ne? Tückische Bazaar. Hey, wo ist denn die? Der Neta, wo ist denn? Haben sie denn gestorben, oder was? Wundengebannt, Zeichen? Keine Ahnung. Ich schwör, die wurden gebannt. Oh mein Gott, meine Lava, die ich da eben hingesetzt hab, finde. Och nee, er hatte Ninja. Er hat sich gelöscht. Nice, Digga. Och nee, hast du Essen, oder so? Nee. Ich hab Gold dafür bekommen. Wegen dem Kill. Ja, Digga. Ey, ja, ja. G.A.G. danke. Basti, G.A.G. Oh, hier, Digga, gönn dir, gönn dir, gönn dir. Steak, steak, steak. Echt? War das da drinne? Ja. Das war halt Retalk, weil ich gerade dank Basti, G.A.G. gesagt hab. Wegen meinem Glauben. In Basti, G.A.G. Ehre, Mann, Basti. Danke, ne? Falls du siehst. Mach Glocke an. Aber jetzt, wo ist ja auch der Gegner? Das ist eine gute Frage. Ah, hier oben. Er switcht. Ja, er ist tot. Buh, Buh, Fabo, mach Like-Button. Oh mein Gott, Digga. Junge, was war das für ne Runde? Sieben Kids. Komm, er hat als er runtergesprungen ist. Er hat sich nehmens getroffen in der Läfte Insel, ne? Junge, ja, war echt eine stabile Runde eigentlich. Ja, Digga, wir sind halt die Gomme-Kings, ne? Ja, Gomme, mach Shisha auf. Und ja, meine lieben Freunde, das war natürlich schon wieder ein halbes Comeback. Dafür entschuldige ich mich auch. Ich hatte jetzt die letzten drei Monate lang Praktikum, aber das ist jetzt praktisch um und ich hab natürlich schon wieder die eine oder andere Sache am Laufen. Aber das nächste Video wird nicht in drei Monaten kommen. Dafür lege ich meine Hand in den Sand. Willst du Bescheid, ne? Macht gut, ciao.